Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das Video über meinen Mutterpass. Ich wurde mal gefragt, ob ich nicht ein Video dazu machen kann, was in so einem Mutterpass steht, wofür braucht man den und ja, was ist denn das so für Informationen und wie kann man was entziffern, wenn man sich damit einfach noch nicht so auskennt. Und alle, die dieselben Fragen haben, die können auch bitte dranbleiben. Viel Spaß! Genau, das hier ist mein Mutterpass. Den habe ich euch ja schon öfters gezeigt. So sieht der aus und von außen kann ich euch schon mal sagen, dass es einfach ein Mutterpass und hier steht einfach euer Name und da untersteht euer Geburtsdatum. Das heißt, dass er wirklich nicht mehr verwechselt werden kann. Hier habe ich jetzt eine Hülle drum, die habe ich vom Arzt bekommen. Das ist einfach so eine kleine Plastikhülle, damit der Mutterpass nicht kaputt geht. Der Mutterpass hat eigentlich so eine Farbe in so einem hellgrünen, wie ihr hier unten seht. Aber ich habe jetzt hier, wie gesagt, so eine Hülle, die habe ich vom Frauenarzt bekommen. Aber man kann natürlich auch jede andere Hülle nehmen. Also da nähen ja auch ganz, ganz viele Leute so richtig schöne Hüllen. Aber ich habe jetzt erstmal die und mit der bin ich ganz zufrieden. Hauptsache der Mutterpass geht eben nicht so schnell kaputt. Würde ich aber jedem empfehlen, der einfach noch keine hat, weil sonst gehen die Ecken ganz schnell kaputt, wenn man den einfach mal kurz in die Handtasse schmeißt und so. Also ich würde auf jeden Fall eine Hülle empfehlen. Die ist jetzt richtig schön aus Plastik, die kann man richtig schön verbiegen. Das ist wirklich richtig gut. So, hier drinne habe ich jetzt einen Zettel von der Frauenärztin, die ich immer da drinne habe. Da sind jetzt einfach Hebammen-Nummern drauf. Das ist einfach so ein Zettel. Den habe ich einfach so mit reingestopft. Aber sonst sieht der eben so aus. Der Mutterpass ist einfach so ein kleines A5-Büchlein. So, wenn wir den aufschlagen, sehen wir einmal nicht meinen Frauenarzt, sondern einmal das hier. So, das ist die erste Seite. In der ersten Seite hat meine Frauenärztin bis jetzt immer hier die Ultraschallbilder reingelegt und hier sind auch immer alle Bilder noch drinne. Von ganz Anfang bis jetzt sind hier alle Fotos drinne. Und dann habe ich hier meinen Blutgruppenpass. Da steht eben meine Blutgruppe drauf und gegen was ich negativ getestet bin und gegen was ich positiv getestet bin. Meine Blutgruppe ist A-negativ. Das wusste ich vorher auch noch gar nicht. Und da ist eben jetzt hier der Pass drinne, den sie immer brauchen. Wenn mir Blut abgenommen wird, dann müssen sie immer das alles angeben und die Nummer und so alles angeben beim Labor. Und deswegen muss der auch immer hier drinne sein, wenn man den Mutterpass dann abgibt, wenn man beim Frauenarzt ist. Genau, deswegen habe ich den hier immer drinne. Der klemmt hier mit so einer kleinen Büroklammer hier so schön dran an der Hülle. Jetzt ist meine Mutterpass ja auch noch rausgerutscht. So, dann habe ich wie gesagt hier die vier Fotos drin. Die kann ich euch dann nochmal zeigen. Für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Das ist unser erstes Foto gewesen. Das hier war das kleine Baby. Einmal so ein kleines Häuflein. Dann haben wir das zweite. Das sieht schon aus wie so eine Ente. Wurde mir immer gesagt. Hier unten ist der Kopf. Hier ist ein Arm. Und da oben ist sogar so ein ganz ganz kleines Bein. Und da ist dann noch der Dottersack. So sieht das aus. Und dann haben wir beim letzten Mal so richtig schöne Fotos bekommen. Und da sieht es schon richtig aus wie so ein Baby. Ein richtiges Gummibärchen. Richtig süß. Und natürlich noch so einen richtig, richtig süßen Fußabdruck. Ich glaube, das seht ihr gar nicht, oder? Kamera, kann ich das mal fokussieren? Naja, hier ist auf jeden Fall so ein kleiner Fußabdruck. Da sieht man auch schon alle fünf Zehen drin. Also das ist wirklich richtig, richtig krass. Und die habe ich jetzt wie gesagt immer hier der Reihenfolge genau in dieser Ecke hier drin. Und dann ist auf der nächsten Seite hier immer die nächsten Frauenarzt-Familie, die man so hat. Da ist dann auch immer zugeschrieben, bei welchen Ärzten es ist oder was da zugemacht wird. Hier zum Beispiel wird noch ein Zuckertest gemacht. Und da steht immer dabei. Hier oben sind eben die Stempel vom Frauenarzt oder von der Hebamme oder so drin. So, dann geht es weiter. Hier sind alle meine... Muss ich mal gucken, dass man meine Adresse nicht sieht. Hier sind alle Blutergebnisse drin auf der nächsten Seite. Die sind einfach so reingeklebt extra. Und hier steht eben drin, dass ich zum Beispiel gegen Toxoplasmose nicht immun bin. Oder HIV und alles röteln. Hier steht einfach alles drin. Dann nochmal die Blutgruppe, die Antikörper und Chlamydien negativ. Und ja, alles so steht hier drin. Das wird dann immer so eingeklebt, wenn man die Ergebnisse bekommt. Dann auf der anderen Seite geht es weiter. Da habe ich mich noch gar nicht so mit befasst. Hier sind auch nochmal weitere Ergebnisse vom Bluttest. Also hier steht jetzt zum Beispiel mit dem HIV, dass ich da immun gegen bin. Und dann sind hier so ein paar Sachen angekreuzt, was die Frauenärztin eben immer machen müssen. Zum Beispiel Beratung der Schwangeren im Thema Ernährung, Beruf, Risikoberatung, Geburtsvorbereitung. Und dann, wenn die Ärzte das alles gemacht hat, also mich sozusagen als Schwangeren aufgeklettert, macht sie einfach überall ein Kreuzchen. Und dann war das das auch. Mehr ist hier gar nicht. Da steht hier unten noch, dass ich Toxoplasmose nicht immun bin. Das steht hier unten. Dann kann man diese Seite aufklappen. So. Und da stehen ja auch ganz viele Sachen drin. Sondern das sind halt alles so die Sachen, die sie beim ersten Termin, ähm... Ja, also wenn du das erste Mal bei Frauenärzt bist, wenn du die Mutterpass ausgängig bekommst, kreuzen die das alles an. Und hier steht zum Beispiel dann, ob ich Vorerkrankungen hatte in der Familie. Da sind hier eben, ist eben eine ganz, ganz lange Liste. Und das ist hier eben alles auf Nein angekreuzt, weil ich da nichts in der Familie hatte. Dann, ob ich irgendwelche Medikamente nehme oder irgendwas. Und das wird dann immer alles angekreuzt. Dann wird man erstmal tausende Sachen gefragt. Hier unten steht dann drin, dass ich eine... Also angekreuzt, dass ich eine Risikoschwangerschaft habe. Hier. Da ist, wenn man eine Risikoschwangerschaft hat, hat eben einen Haken. Und wenn nicht, dann nicht. Dann steht hier noch auf der nächsten Seite, welche Medikamente ich nehme. Hier steht zum Beispiel mein Schilddrüdenhormon. Und dann ist hier der errechnete Erbindungstermin. Hier auf dieser Seite. Der wurde jetzt bei mir auch noch korrigiert. Vom 22. auf den 26. Und dann haben wir hier die nächste Seite. Die kann man ebenfalls wieder aufklappen. Und da sind alle Ergebnisse drin von den ganzen Untersuchungen. Also da wird wirklich alles eingetragen. Hier zum Beispiel der erste Termin, der zweite und der dritte Termin. Und dann steht hier das Datum, wann der Termin war, in welcher Woche man war, ob man eventuell korrigiert wurde, ob das Kind Herztöne hatte, ob es Kindsbewegungen gab, das Gewicht der Mutter, die Blutdruck, dann weitere Angaben zum Embryo und dann, ob es eine vaginale Untersuchung war oder nicht. Und dann noch Sonstiges, was empfohlen wird oder nicht. Und das geht dann immer so weiter. Das wird immer, ja, bis zum Ende des Schwangerschafts wird halt jeder Termin hier wirklich eingetragen. Einmal so runter. Ich hatte bis jetzt erst drei Termine. Und die sind hier auch alle eingetragen. Genau. So, dann haben wir die nächste Seite. Hier sind auch Ultrationaluntersuchungen. Steht auch ganz groß oben drauf. Ultrationaluntersuchungen. Und dann werden hier eben auch die Screenings eingetragen. Also die Sachen, die jeder Frauenarzt wirklich machen muss, die vorgesetzt sind. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel das erste Screening ist von der 8 plus 0 bis 11 plus 6. Also von der 9. bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Und da hatte ich zum Beispiel am 3. Das war mein erster Frauenarzttermin. Hatte ich bei 7 plus 0 korrigiert auf 6 plus 7 das erste Screening. Das war, wie gesagt, mein erster Frauenarzttermin. Und da wird eben angekreuzt, ob der Embryo richtig sitzt, ob man den Embryo sieht, ob es Herzattraktionen gibt, ob es Mehrlinge sind oder, ähm, ja, wenn es Mehrlinge sind, ob es eine Monoschwangerschaft ist, ob es Auffälligkeiten gibt. Dann wird hier hinten, wie gesagt, noch geschrieben, ob es korrigiert wurde oder ob es irgendwelche Auffälligkeiten gab. Und dann geht es immer so weiter. Also das zweite Screening, hier werden halt wirklich nur die Screenings eingetragen. Das ist, das zweite große Screening ist dann von der 19. bis zur 22. Woche. Und da sind dann auch zwei. Und dann wird das hier auch alles so eingetragen. Und dann, wie gesagt, das letzte. Das ist dann von der 29. bis zur 32. Schwangerschaftswoche. So, nächste Seite ist hier einfach so eine Seite, wo bei mir noch nichts eingetragen wurde. Und hier einfach nur so eine Kontrollliste. Normkurven für den fetalen Wachstumslauf. Das heißt, da kann man dann gucken, wie groß das Baby wann sein sollte. So, dann haben wir hier auch eine Seite, wo nicht viel gemacht wurde bei mir. Wo ich noch nicht so viel mich mit auskenne. Und dann haben wir hier die Abschlussuntersuchung. Das heißt, wenn das Kind geboren ist. Und dann geht es nämlich weiter mit der, sozusagen einer zweiten Schwangerschaft. Also das, hier werden ja nicht nur die eine Schwangerschaft eingetragen, sondern mehrere Schwangerschaften. Das heißt, wenn ich jetzt danach nochmal schwanger werde, dann geht es ab dieser Seite eben weiter. Dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Und hier auf der letzten Seite zu dem Kapitel ist dann eben alles zur Geburt, zur Entbindung, zum Wochenbett. Und das wird dann eben vom Frauenarzt oder von der Klinik dann alles eingetragen. Wenn das Kind dann da ist, wie im Bund wurde, wann, wie alt ich da war, wie alt das Kind war, wie groß und so. Das wird dann hier alles eingetragen. Und dann, wie gesagt, beginnt schon die nächste Schwangerschaft. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Hier, wie ihr seht, sieht alles komplett gleich aus. Auch wieder mit diesen Ultraschalluntersuchungen und so. Alles komplett gleich. Also dieses Buch ist sozusagen ausgelegt für zwei Schwangerschaften. Und danach kriegt man ein neues. Aber darf dieses auf jeden Fall nicht wegwerfen. Weil das ist immer ein wichtiges Dokument, wenn man dann mehrere Kinder bekommt. Genau, das war jetzt unser Mutterpass. Wie das so alles funktioniert, was da so eingetragen wird. Und was bis jetzt bei mir da drin steht. Und ich hoffe, ich habe jetzt einige Fragen beantwortet. Oder beziehungsweise den Leuten, die Fragen beantwortet, die unbedingt ein Video dazu wollten. Ich fand es auch mal ganz spannend, dann nochmal so richtig tiefer reinzugucken. Und das nochmal alles so zu sehen. Und jetzt hoffe ich, euch hat es gefallen. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Tschüss!